Was macht ihr denn da? Gar nichts! So Leute, herzlich willkommen bei Migos TV. So Leute, was machen wir hier? Besser gesagt, Chris. Erstmal sind wir heute hier zu Gast bei unserem nächsten Praktikum bei PlayPaintball.de Lost City. Insgesamt gibt es vier Standorte hier in ganz Deutschland und ich freue mich mega. Das ist doch das Schild. Ich treffe dich doch nicht. Wir wollen mal wieder ein Brautikum machen, um euch diesen Beruf Paintball Instructor nahe zu bringen. Was passiert hinter den Kulissen, vor den Kulissen, unter den Kulissen? Wir haben einen Instructor, der uns hier einweist, beziehungsweise unser Chef wieder. Wahrscheinlich wiederum nur mein Chef, aber ist egal. Und der kommt jetzt zu uns und dann fragen wir ihn auch noch mal ein bisschen kleine, genaue Fragen. Genaue Fragen. Gute diese, ey. So, kommt mal mit. Wir suchen mal Fabian. Guck mal hier. Boah, tote! Fabian! Hi! Herzlich willkommen bei PlayPaintball.de. Teamleiter. Geil. Ist schon mal wichtig auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja klar. Irgendwer muss euch das ja beibringen, was ihr heute macht. So, jetzt auch. Danke schon mal für die Einladung hier. Wir freuen uns schon sehr. Ja, geht los. Und ja, heute Praktikum bei dir. Euer Probetag. Ich bin sehr gespannt, was für Aufgaben und so. Gehen wir es. Drei, zwei, eins, los! Ja! Also das Oberteil gefällt mir schon mal richtig gut. Teamleiter, es klingt auch schon wichtig. Klingt ja dann auch schon so ein Leibchen, Leibchen, Trikot. Na klar. Arbeitsklamotten, ne? Also, wir haben ja einmal was für Gruppenbetreuer. Für dich. Und dann haben wir natürlich auch noch... Warum kriege ich jetzt Gruppenbetreuer schon gleich? Ja, was für die Trainees, für die Praktikanten. Ein Trainee ist also über den Gruppenbetreuer noch? Ne. Was ist ein Trainee dann? Ja, du machst deinen Probetag heute. Definitiv tiefer. Tiefer. Also noch tiefer. Ja, tiefer, tiefer. Haben wir noch tiefer? Also kann ich wieder wahrscheinlich gleich den Besen schwingen. So sieht es aus. Das habe ich doch für dich. Na ja. Sieh mal, hoffentlich passt ja das Shirt. Ja, ja. Mein muskulöser Freund. So, sieht doch gut aus, oder? Passt doch. Ich fühle mich trotzdem schon mal wohl. Mal gucken, was noch auf mich zukommt. So, jetzt würde ich sagen, los geht mit den ersten Aufgaben und das machst du. Alles klar, dann kommt einfach direkt mal mit. Bevor wir mit eurem Probetag beginnen, starten wir als allererstes mit der Einweisung. Ja. Safety first. Achtet bitte darauf, dass die Markierer außerhalb des Spielfelds immer gesichert sind, per Laufsockel genauso wie per Laufsicherung. Okay. Dazu gibt es Masken, die sollten auf jeden Fall auf dem Spielfeld getragen werden. Achtet bitte darauf. Okay. Nach dem Spiel werden die Markierer von den Mitarbeitern immer sauber gemacht. Ja. Das heißt, das wäre jetzt eure erste Aufgabe. Eure Aufgabe. Beachtet dafür bitte, dass die Laufsicherung drin ist, genauso wie die Sockel. Die können wir abmachen, um den Lauf zu putzen. Und dann putzt ihr einfach einmal grob alles ab, sodass der Dreck weg ist. Okay. Dann würde ich jetzt hier grob erst mal Griff und alles so putzen. Also wir gucken, ob da noch Bälle drin sind. Ja, da habe ich vorher natürlich geguckt. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Hier habe ich noch was für den Lauf. Ach so. Okay. Gut. Und wie viele haben wir davon? Ach, also so pro Schicht 130 Stück, die maximal durchgehen können. Okay. Aber die Arbeit teilt man sich doch, oder nicht? Ja, ja, klar, natürlich. Genau. Also so wie jetzt quasi. Doch, so zwei Arme, ne? Meinst du, es gibt doch einen einfacher Weg, das Ganze zu machen, ohne dass ich das den ganzen Tag... Na klar. Aber sag nicht Bescheid. Nein. Also eigentlich geht es damit einfacher, ne? Aber wir lassen natürlich den Chris jetzt, ne? Schlauch dran. Kannst den Lauf super reinigen, ohne Probleme. Aber guck mal. Also ich hätte jetzt die erste sauber. Wo sind die anderen 200? Das machen wir fertig. Sieht richtig gut aus. Blitzeblanke, Freunde. Das können wir jetzt wieder dahintun. Aber wir haben eine neue Aufgabe für dich. Ich bin ja Teamleiter. Nein, bin ich gar nicht. Aber ich werde Teamleiter noch. Und ich würde sagen, Helme putzen. Helme putzen. Siehst du da? Geh mal da hin. Aber hast du gesehen, wie viele Helme das sind? Ja, genau. Hab ich gesehen. Geh mal weiter. Und solange rede ich einfach mit den Fabian in der Runde. Wir haben ein wichtiges zu besprechen. Zu Fabian, ich habe eine Frage. Und zwar, wer kann alles hier anfangen? Und wie stellt ihr die Leute ein? Also generell kann hier jeder ab 18 Jahren anfangen. Okay. Bewerben kann man sich bei uns online. Okay. Jeder, der sich, sag ich mal, offen und gut im Umgang mit Kunden fühlt, kann hier auch ganz normal als Mitarbeiter anfangen bei uns. Und für einen Minijob kann man sich dann hier auch arbeiten. Dann wird man auch festangestellt. Und man braucht keine Ausbildung dafür, richtig? Genau. Also wenn Menschen für diesen Job brennen und sagen, sie machen das wirklich gerne und fühlen sich hier wohl, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in einem Teilzeit, wenn nicht sogar in einem Vollzeitjob zu. Also richtig cool. Was macht der Chris eigentlich da drüben, dein Praktikant? Ja, den habe ich rüber geschickt, um die Helme zu putzen. Ich habe richtig mir Mühe gegeben. Also das Visier ist, glaube ich, wie ein neues Chef. Das sieht super aus, aber jetzt zeige ich dir einmal, wie wir die Masken richtig desinfizieren. Also nicht so mit den... Nein, komm mal schnell mit. Hey Marco, ehrlich, danke. Ich habe gar nichts gesagt. Als allererstes haben wir einen Innenrahmen von der Brille, den wir rausdrücken müssen. Das geht auch alles raus. Ja gut, okay. Jawohl. So, danach können wir von außen die Maskengläser lösen. Wenn wir die Maskengläser jetzt nach vorne rausziehen, haben wir das Glas von der Maske getrennt. Ach so. Das Ganze wird jetzt in den beiden Becken desinfiziert und abgewaschen und die Gläser werden einzeln mit dem Glasreiniger geputzt. Ach so, ja gut. Das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Ja. Also das heißt, wir haben hier zwei Becken. In den einen ist Desinfektionszeug. Und dann Wasser. Und danach ist Wasser zum Abspülen. Und dann hängen wir das Ganze zum Topf. Dann mache ich das jetzt nochmal mit allen 300 Helmen nochmal neu. Super, perfekt. Dankeschön. Schön, dass du das anbietest. Ja, gerne. So Leute, während der Chris die Scheißaufgaben macht und den ganzen Spielfeld sauber kratzen, werde ich hier mal die ersten Markierer schön mit 200 Bar reinballern und dann ein bisschen auf Chris schießen. Wir sind vorbereitet. Mal gucken, was der Chris so macht. Guck mal Leute, richtig geil. Jetzt kann ich hier auch ein bisschen rumballern. Jetzt guck, jetzt guck, jetzt guck, jetzt guck! Komm! Und jetzt, Freunde, suchen wir mal ganz kurz den Chris und schießen wir mal ein bisschen auf den, weil ich weiß, dass er die Busse putzt. Komm mit! Tada! Der putzt! Komm! Ey, der ist so bescheuert, ey! Ah, Alter! Ey, hier ist ein Schild! Jetzt hat er keine Chance mehr. Komm! Chris, wo bist du? Da ist er! Oh, Alter! Chris, wo bist du? Jetzt ist vorbei, Kollege! Ja! Ja! Chris! Ja! Ich kann nur einen geben! Und das ist nur Platz für mich! Let's go! So, Freunde? Ja, auf jeden Fall. Okay, guck mal, ich hab hier was. Der Ausbilder ist gerade nicht da. Geil! Alter! Eins für dich, eins für mich. Jawoll! Oh, und ich! Jawoll! Yeah! Aufkannatten! Was macht ihr denn da? Ja! Gar nichts! Nein, Chris! Ja, geil! So, was hast du davon, Marco? Strafe, Strafe! Du hast mich dazu verleitet, diese scheiß Rauchbomben zu zünden. Ja, aber es hat doch Spaß gemacht! Ja, was macht jetzt Spaß? Ja, jetzt bin ich auf die Stauze von dem... So! Und eure Strafe! Die Hasenjagd beginnt in 3, 2, 1, los! Ja! Das haben wir gebrochen! Scheiße! Gebrochen! Scheiße! Gebrochen! Gebrochen! Hallo! Hier sind wir! Oh, shit! Ah! Lass mich zurückmachen! Du bist schwer verletzt! Ich kann nicht mehr! Du musst ohne mich weiter! Okay! Ich tue es für die Familie! Ja, ich tue es! Sehr gerne! Ich freue mich, dass ich dich nicht mehr sehen muss! Ciao! Also wegen diesen Dinger sind wir jetzt bestraft! Scheiße! Du nimmst ja wieder! Also dürfen denn die Mitarbeiter, die hier arbeiten, auch selber ein bisschen zocken? Und so, irgendwie geht das alles klar? Na klar! Also bei uns können die Mitarbeiter unter besonderen Konditionen selber spielen hier. Und das heißt, selber für Leihausrüstung oder Eintritt zahlen Mitarbeiter gar nicht. Ach so, okay. Also gibt es da nochmal den Vorteil, also ihr kriegt quasi Kohle hier fürs Arbeiten und könnt da nochmal ein bisschen Spaß haben. Genau! Wo gibt es das? Bei uns! Bei playpaintball.de! So Leute, und es gibt nicht nur hier Minijobs, sondern es gibt noch viele andere Jobs, oder? Genau! Also generell als Firma mit vier Standorten haben wir auch eine große Verwaltung, in der es Jobs im Bereich Marketing, Personal oder auch Einkauf, Schrägstrich Verkauf gibt. Und insgesamt vier Standorte insgesamt. Das heißt, die brauchen genug Mitarbeiter. Also bewerbt euch unten in der Videobeschreibung, Leute! Nicht vergessen! So, und das Geile ist ja nicht als Otto-Normal-Verbauer kann man hier spielen, sondern auch als professioneller Spieler. Denn die haben ja auch tatsächlich ein Turnierfeld von der DBL, wo die spielen können oder so, ne? Genau! Richtig! Das ist die Deutsche Paintball-Liga. Ein Feld ist hier in Mönchengladbach bei uns. Und auf dem finden wir dann verschiedene Teams wieder, die dann auf regional, Landesliga, Bezirksliga bis hoch irgendwann auch zur Bundesliga spielen. Okay, die gucken wir uns kurz an. Als allerletztes stehen wir jetzt hier vor dem Turnierfeld von der Deutschen Paintball-Liga in der Lost City selber. Auf diesem Feld können hier die Turnierspieler ganz normal trainieren. Das Ganze funktioniert, ja, mehr auf Sportart ausgelegt. Das hier ist zum Beispiel einer der Markierer, der in so einem Turniersport gespielt wird. Darf ich kurz? Na klar! Guck mal, die ganze mit zwei... Genau, das Ganze wird etwas schneller gespielt als mit unseren Rental-Markierern. Und damit, ja, wie das Ganze ausschaut, würden wir euch jetzt einmal kurz auf dem Feld zeigen. So, das war's heute. Jungs! Ganz ruhig! Alles gut, beruhig dich! Ja, also die beiden haben sich auf jeden Fall super geschlagen, wie man sieht. Yeah! Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal! Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du uns Instruktort hast. Das hast du echt Spaß gemacht! Dass du uns alles gezeigt hast. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch bewerben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu playpaintball.de. Und wenn ihr euch nicht bewerben wollt, kommt einfach mal rum und spielt. Wie gesagt, insgesamt vier Standorte findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. So Leute, das war's! Dankeschön, dass ihr euch dabei wart und bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!